Du bist schwanger in der frühen Woche und sagst jetzt, wir wollen wirklich wissen, ob dieses Kind gesund ist. Das ist ja natürlich ein verständlicher Gedanke und jetzt gibt es einen Haufen Angebote. Es gibt irgendwelche Bluttests, die sich auch Nippt nennen. Es gibt eine Nackenfaltenmessung, es gibt das Ersttrimester-Screening und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, was du davon machen sollst, was das Beste ist, was bezahlt wird von der Kasse vielleicht, was eine Selbstzahlerleistung ist und dann bist du direkt richtig in diesem Video. Das klären wir jetzt alles. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Dr. Medcon-Sinni-Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich eigentlich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können. Du kriegst von mir umsonst gratis Fachwissen und was ich gerne hätte, wäre vielleicht ein Abo als Dankeschön. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir können es schon ein bisschen unkomplizierter machen, denn Nackenfaltenmessung und Ersttrimester-Screening, das packen wir jetzt mal zusammen, denn im Ersttrimester-Screening ist die Nackenfaltenmessung mit drin. Haben wir also nur noch die zwei Bausteine, diesen nichtinvasiven Pränataltest auf Chromosomenstörung, Nippt genannt, und das Ersttrimester-Screening. Und damit fangen wir jetzt mal an. Im Prinzip ist das Ersttrimester-Screening eine Kombination aus mehreren Faktoren. Wir haben einmal die Ultraschalluntersuchung, wo eben auch die Nackenfaltenmessung hinzugehört. Wir haben eine Anamneseerhebung der Mutter, ob sie Risikofaktoren hat. Diese Risikofaktoren liste ich euch hier gerne mal auf. Und dann haben wir noch eine Blutentnahme, wo bestimmte Hormone und andere Faktoren bestimmt werden. Und all das kommt dann zusammen in einen großen Topf. Und aus dem Topf zieht man dann ein individuelles Risiko für eben diese Schwangerschaft. Der Zeitraum, wo man das Ganze macht und machen sollte, der ist relativ eng gesteckt. Der ist ab der 11 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 13 plus 6. Schwangerschaftswoche. Das liegt daran, dass man einfach in dem Zeitraum erstens vom Ultraschall her wahnsinnig gut das erkennen kann. Und zweitens, weil hier auch die meisten Daten zu erhoben wurden. Man hat also den besten Vergleich. Nochmal zur Nackenfalte oder Nackentransparenzmessung. Das war ja vor einigen Jahrzehnten das ultimative Tool, um zu gucken, ob das Kind eine Auffälligkeit hat. Und auch heute wird es natürlich noch genutzt und ist immer noch ein gutes Tool. Aber eben nur so ein Marker von vielen. Das darf man auch nicht vergessen. Und so eine normale Nackenfalte ist zwischen 1 und 2,5 Millimeter dick. Also wir sprechen hier wirklich auch von einem Bereich, der sehr, sehr klein ist. Und da sieht man mal, wie weit auch die medizinischen Geräte heute sind, sowas gut ausmessen zu können. Und wenn die Nackenfalte eben ein Stück weit dicker ist, wie hier in diesem Bild, dann muss man eben dem Ganzen weiter nachgehen, um zu schauen, ob da was hinter steckt. So eine Nackenfalte jetzt ganz isoliert betrachtet, hat nicht die wahnsinnig hohe Aussagekraft. Also diese kombinierte Testung mit Blutentnahme, mit mütterlichem Risiko muss natürlich irgendwie dazu, damit wir ein Risiko bekommen. Aber klar, wenn man das jetzt zufällig im ersten Trimneon sieht, so eine verdickte Nackenfalte, muss man natürlich danach weitere Tests angehen. Natürlich gucken wir beim ersten Ultraschall in der Mutterschaftsrichtlinie so mit einem halben oder mit zwei ganzen Augen auf die Nackenfalte. Das große Problem ist aber, in der Mutterschaftsrichtlinie ist ja nur dieser eine Ultraschall in der Frühschwangerschaft vorgesehen. Mit etwas Pech seid ihr so früh dran, dass man die Nackenfalte noch nicht gut sehen kann. Oder aber das Kind liegt so ungünstig, dass man es überhaupt nicht sehen kann. Und dann verliert man bis zur 20. Woche ungefähr natürlich die Schwangeren zum Teil aus den Augen, wenn man jetzt nicht noch zwischendurch einen Ultraschall aus irgendwelchen Gründen macht. Also diese drei Ultraschalluntersuchungen sind natürlich etwas rar gesät. Und da muss man schon sehr viel Glück haben, als 0815 normale gynäkologische Praxis ohne Pränatalfokus die Nackenfalte darstellen zu können. Das ist die abgespeckte Version des Ersttrimesterscreenings, wo auch diese Nackenfaltenmessung mit drin ist. Ganz ehrlich, die meisten machen auch in diesem ersten Trimnion, also in dem ersten Schwangerschaftsdrittel, auch eine Art Feindiagnostik. Hier wird also mit dem Ultraschall nicht nur gezielt die Nackenfalte angeschaut, sondern eben auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das kindliche Nasenbein, ein bestimmtes Gefäß, den Duktus venosus im Körper des Kindes oder eben auch Oberarmknochen werden da angeschaut und auf Anomalien oder Auffälligkeiten gescannt. Dann kann man so einen Fluss einer Trikuspidalklappe, also einer Herzklappe untersuchen und noch 1, 2 Faktoren mehr. Und dieser Algorithmus, der dann da zieht, der sagt einem ein gewisses Risiko. Und damit einher gehen natürlich die drei großen Chromosomenstörungen, die wir so kennen. Das ist Trisomie 13, 18 und die berühmte Trisomie 21. Aber man kann eben anhand des Ultraschalls auch andere Auffälligkeiten entdecken. Und jetzt weißt du auch schon im Hinterkopf, wo da der Unterschied ist vielleicht zu dem nicht-invasiven Pränataltest. Der größte Unterschied zwischen dem nicht-invasiven Pränataltest, also der Blutentnahme der Mama und dem Ersttrimesterscreening, ist, dass wir bei dem Bluttest, wo der Mutter Blut abgenommen wird, aber kindliche DNA-Fragmente untersucht werden, da können wir nur Chromosomstörungen analysieren. Und die großen drei haben wir gerade genannt, 13, 18 und 21, aber eben auch Auffälligkeiten bei den Geschlechtschromosomen. Und ja, man kann auch schon das Geschlecht des Kindes bestimmen. Klammer auf, das ist dann eine Selbstzahlerleistung, Klammer zu. Ja, da kommen wir zu einem weiteren Unterschied zum Ersttrimesterscreening, denn dieser Bluttest wird seit anderthalb, zwei Jahren unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse übernommen. Und diese bestimmten Voraussetzungen sind natürlich ein Risikoprofil, was deine Ärztin, dein Arzt mit dir bestimmt, ob du das auf Kasse bekommst. Beim Ersttrimesterscreening, wenn das jetzt auch keine Risikokonstellation gibt und dir deine Ärztin, dein Arzt keine Überweisung dafür ausstellt, dann ist das eine Selbstzahlerleistung und da ist man mit roundabout 200 aufwärts Euro schon gut dabei. Und das Ersttrimesterscreening hat natürlich den Faktor Ultraschall. Denn, wenn du schon gehört hast, bei dem Bluttest werden ja nur diese Chromosomenstörungen analysiert, werden hingegen bei dem Ersttrimesterscreening natürlich alle anderen Faktoren auch angeschaut. Ob es einen offenen Rücken gibt, die Spina Bifida, ob es Herzfehler gibt, ob es andere Auffälligkeiten gibt, zum Beispiel eine Wassereinlagerung im Kopf. Auch Fehlbildungen werden da herauskristallisiert, was natürlich so ein Bluttest nicht kann. Natürlich hängt das ganz davon ab, welche Expertise, welche Ausbildung hat deine Fachärztin, dein Facharzt oder derjenige, diejenige, die es gerade machen. Wenn da jemand ist, der maximal gut ausgebildet ist, dann kann man schon einen sehr, sehr hohen Prozentsatz in diesem ersten Schwangerschaftsdrittel an Auffälligkeiten detektieren. Und was man auch machen kann in diesem ersten Trimneon, ist ja so ein Präeklampsie-Frühtest, quasi ein Screening-Test. Was die Präeklampsie als Schwangerschaftserkrankung ist, habe ich dir auch ein Video zugemacht, kannst du dir gerne mal angucken. Und hier kann man sehr früh ein Risikoprofil herausfinden, ob die Schwangeren Risiko hat, eine Präeklampsie zu entwickeln und natürlich vorzeitig und frühzeitig eine Prophylaxe machen mit stinknormalen, niedrig dosierten Aspirin. Und dann umgeht man diese schlimme, schlimme und schwere Schwangerschaftserkrankung. Aber auch das ist leider eine Selbstzahlerleistung. Wie sieht das Ergebnis dann aus, was nach diesem Erstremester Screening unten rauskommt? Das wirst du immer so Zahlen sehen, eins zu. Das ist also das individuelle Risiko, was du hast. Und es wird in ein niedriges, ein intermediäres und ein hohes Risiko unterteilt. Beim niedrigen Risiko bist du bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 zu 1000, dass beim Kind etwas vorliegt. Und bei dem intermediären Risiko bist du unter 1 zu 100 bis 1 zu 1000. Und genau beim hohen Risiko bist du eben über 1 zu 100, dass hier eine Auffälligkeit vorliegt. Aber das ist nur ein Suchtest. Genauso wie der Bluttest. Es ist kein Test, der eine Diagnose sichert, sondern eine weitere Abklärung bedarf. Und das ist wichtig zu erwähnen, das gibt nur Wahrscheinlichkeiten an. Auch beim NIP-Test, der auch sehr valide ist, also ein guter Test ist, der mit einer hohen Aussagekraft auch ernst genommen werden kann. Aber es ist keine definitive Diagnose. Weder beim Erstremester Screening noch beim NIP-T. Falsch positive oder auch falsch negative Ergebnisse sind potenziell möglich, weshalb eine invasivere Diagnostik gemacht werden sollte. Und dann reden wir von einer Fruchtwasserpunktion oder einer Choriottenbiopsie. Also hier wird quasi kindliches oder placentares Gewebe genommen und direkt untersucht. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, ja, da muss mit einer Nadel über die Bauchdecke in die Fruchthöhle gepikst werden und dort das Gewebe entnommen werden. Wenn ich dazu nochmal ein Video machen soll, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Genauso wie beim NIP-Test. Den können wir gerne nochmal ganz im Detail durchklamüsern. Thema Frühschwangerschaft. Habe ich hier auch nochmal zwei Videos für dich. Vielleicht interessiert dich da ja das eine oder andere. Aber ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und ganz wichtig für dich, lass mir doch bitte ein Abo da. Dann weiß ich, dass das gefallen hat, was ich hier gesagt habe.